einen wunderschönen guten tag meine liebe youtube community wie ich angekündigt habe gibt es heute abend eine multiplayer auf der losberg dazu habe ich jetzt erst mal die münzen gesammelt die da jetzt also wie gesagt wir haben zwei deutsch zwei deutsch series 7 mit zwei direkt sahen sehmaschinen direkt sehmaschinen meine herren ist ein schwieriges wort wieder ja die anhänger habe ich erstmal behalten auch wenn ich die drehschäme absolut nicht mag egal werden wir mit klarkommen müssen erstmal bis wir ein bisschen mehr geld haben anfangen angefangen wird ja ganz einfach wir haben feld 40 und 26 die beiden felder einfällt ist mit soja und das andere fällt ist mit weizen plan von mir wäre geil wenn wir vier leute werden wenn wir zwei sind ist das auch okay zwei definitiv dreschen zwei holen die dresche ab das was drauf ist wird nicht ins silo gebracht es wird alles verkauft alles dass wenn die hänger nicht voll sind fährt man halt in silo kurz rein um sozusagen die anhänger aufzufüllen der rest wird dann nach und nach verkauft es wird die direkt dann denke ich mal ok wie preise heute abend sind wissen wir ja noch nicht werden direkt wir werden weizen gerste raps sonnenblumen sojabohnen und mais definitiv verkaufen natürlich an den meist bieten ist ja klar so dass wir erst mal ein bisschen geld haben und ja ich werde jetzt nichts auf der map machen wir werden alles verkaufen sojabohnen ansehen damit wir dann halt den fuhrpark erweitern können ich denke mal zwei drescher reichen erst mal aber vielleicht nur mal so ein zwei traktoren damit man dann auch früher oder später ich hoffe er früher dass wir dann früher sozusagen mit sechs man hier zocken können und dann bauen wir uns hier mal was schönes auf wir fangen hier wirklich bei null an dünner silo also bis heute abend 20 30 20 45 denke ich mal geht das team los ihr werdet ja sehen wenn ihr die glocke angemacht habt bis dato ciao jetzt werden noch mal kurz nachdem jetzt hier kommt gleich noch welche mods dennne drinnen sind die werde ich euch auch noch gleich zeigen also bis dato ciao ciao ja ihr lieben wie versprochen die mods IT runner pack version 1.003 habe ich drin immer ein tgs akrotruck pack für konsolen dann dem bobcat 863 turbo die deutsch fahr hts 60 95 thresher for real modul 03 brunnenbeschaffenheit haben wir drinnen dann hätten wir die semi tipper 70.000 strich 6 haben wir drinnen losberg ist klar den 2017 big m 500 dann hätten wir noch den krone big x 1100 packet paket primo und bb 18b anhänger den lady junio 150 haben wir drin vor real modul 02 reifen verschmutzung haben wir drin den fan 1050 vario haben wir natürlich drin den mann joskin tag haben wir dann werkzeugkoffer mit funktionen joskin q big liner 32.000 trs dann den ballen autoload pack haben wir drin universal leicht gut gut schaufel haben wir noch drin die aktivierung der kamera kollision habe ich drin und das rorsch paket also wie ihr seht es ist nicht wirklich viel drin es ist alles kostenlose mods die wir drin haben die ich drin habe ich wie gesagt ich freue mich dann auf heute abend wie gesagt 20 30 20 45 wenn ihr lust habt dann mit zu zocken macht das wenn ihr lust habt zu zuschauen dann macht das auch ich freue mich über beides natürlich ihr könnt natürlich auch mit zocken und den stream trotzdem schauen das ist mir ja egal und ja ich bedanke mich auf jeden fall dann schon mal noch mal für die vielen aufrufe heute morgen für den stream und ja ansonsten was fällt mir noch ein ja der stream wird dann heute abend anderthalb zwei stunden gehen länger nicht so dass das war 22 22 30 aus feierabend machen werden heute und ich bedanke mich auf jeden fall schon mal und bis heute Abend. Ciao, ciao.